willkommen zu einer neuen session ja eigentlich müsste ich erst mal schlafen gehen aber hier sind in der nähe doch doch sind bett stimmt wir haben jetzt an die da ich keine bettendrin da ich noch keine bettendrin oder ich glaube nicht ab ich hier bitte ich habe gar nicht gemacht heute außer die decken ich würde mich noch kurz an der brücke weiterarbeiten wollen aber dazu brüchte ich vielleicht doch ein bisschen ich hab vielleicht um steht weil ich noch gar nichts gesehen habe aber hätte ich auch am hunger merken können was vielleicht block nur über hockey ich habe mich schon gewundert worte an der ferne ist also die blöcke sitzen wo rizieren gut dann ab wieder zur brücke warum nehme ich eigentlich diesen dämlichen weg gerade ich weiß es selbst nicht weil ich kann mir war gar nicht bewusst dass hier noch so viel platz ist ich glaube hier mache ich treppen dann ist es erst mal so und stoppieren der ecke würde ich auch gern noch ein pfeiler hinsetzen das ist interessant dann lassen wir es so irgendwie da mache ich vielleicht hier auch noch rein damit das vielleicht ein bisschen gleichmäßig aussieht wieso habe ich denn das so gemacht warte machen wir es doch anders dann habe ich hier lieber komplett runter macht da noch eins dicht so ein zwei die drei blöcke sind eins zwei drei also hier so okay gut dann passen wir das unten im gang noch an und dann sind wir eigentlich hiermit so weit erst mal fällig ich würde vielleicht hier noch austauschen wollen gut hier ist auch noch sehr viel arbeit offen da freue ich mich gar nicht drauf und ich überlege zumindest würde es so erst mal gehen ob wir hier nicht dann noch einen block setzen und hier irgendwas reinstellen könnten wir machen hier dicht das wasser dürfte ja nicht bis dorthin fließen hoffentlich habe ich eigentlich den kann hoch vom boden aus bedeckt also von unten das wisse ich jetzt gar nicht habe ich noch halb stufen 12 toll was ist denn das findest du okay dann ist auf jeden fall dann noch mal ran ich hoffe ich merke mir das irgendwie so blub blub zäune und zack die schädel dinge wie machen wir das jetzt hier sieht ein bisschen durch aus sehen sand habe ich leider nicht mehr dabei gerade gut dann würde ich gern beim friedhof jetzt mal weitermachen damit war vielleicht da auch okay ich dachte wir haben noch banner aber nein alles weg damit wir da vielleicht auch mal fertig werden zumindest mit dieser abgrenzung vom friedhof ich glaube wir haben noch polierten diorite ich muss erst mal gucken ich kann mich auf poliert haben wir glaube ich noch im petto hier nicht wow das ist schon eher zack wollte ich nicht eigentlich nicht habe ich habe ich plötzlich nicht gesehen dass ein querbalken ist okay erst mal die 2 1 und 2 das war schon mal die seite fertig hier können wir noch sand verteilen das ist schon mal die sind es schon mal wie sonst die ich glaube ich kann mich nicht anders haben wir noch mal die auch in der gerade die die ich habe keine mauer weitergesetzt was ist denn da los ok das ist eine frechheit seelen rd Ab ins Pättchen. Kann man sich hier eigentlich auch Fackeln raufsetzen? Oh, geht auch. Das geht auch. Ich würde hier auch den Block wieder austauschen. Das geht auch. Ich überlege gerade, ob man vielleicht über die Kanzeln die Leiter machen sollte. Das wäre hier ein Block. Wäre das gleiche Ergebnis, ne? Na gut. Ich hab dich gehört. Das wäre eigentlich noch nicer, wenn dir die Möglichkeit gegeben ist, dass wir das einfach anhängen. Ja. Okay. Ähm. Hier war ja noch ein bisschen, ja, da die Verteilung kommt dann. Und die zwei Blöcke werden wir auch noch irgendwo los. Eins, zwei. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Mauer. Ich überlege, ob ich nicht noch irgendwo ein bisschen was hatte sogar. Oder ob wir das doch tatsächlich alles schon aufgebraucht hatten. Haben wir scheinbar schon aufgebraucht. Ich überlege auch gerade, das können wir gleich mal mitnehmen. Für die Kirsche. Hier war auch nichts mehr, ne? Zwei, also pro Block ein Mauerstück. Und so. Okay. Kommt auf das gleiche los. Machen wir 18 erstmal. Und hier geht's dann in der nächsten Folge wieder weiter. Spezie B. Danke mich. Bis denn her.